Ich bin Pepper Wutz. Rosette, Trockel, Urin, Idiotmutt. Ich hab Teufel, du Lü. Ich hab Kuhansöhne, ich hau euch jetzt da unten ein auf die Fresse, Alter. Lutsch mir den Schwanz! Wenn wenn's nach mir ginge, würde ich dich zu Freakasissi. Big Tasty hat nichts mehr mit nem Big Tasty zu tun gehabt. Kostümwettbewerb mit meinem heißen Chewbacca-Kostüm. Geil! Alter, das ist wie scharfer als mein! Wir müssen gesagt, der erste Preis sind zwei Tonnen Süßigkeit. Ah, ich bin der fröhliche Ken-Fetsa-Saxe. Ich reibe mit der Kenny-Ung! Du hör... Was ist denn das für ein Kostüm? Ein Adolf-Hitler-Kostüm. Wie geil. Wie geil. Hitler war ein sehr, sehr böser Mensch. Wir sind friedlich. Alle Menschen werden Brüder. Sagte deine Familie, musst du ihre Weltblechhütte mit einer zweiten Hypothek belasten. Und die... Alter! Ein Spiegelbild. Der zweite Platz für das beste Kostüm geht an... Kenny für sein wundervolles Iggy Pop Kostüm. Allerbeste Kostüm geht an... Wendy für ihr Chewbacca. Ein Adolf-Hitler-Kostüm. Wie geil. Wie geil. Und der Preis für das mieseste Kostüm geht dieses Jahr an... Stan für sein idiotisches kleines Clown-Outfit. Zeigt alle auf Stan und lacht, Kinder. Genau. Ihr soll kein blödes Schreckgespenst sein. Deine Mutter, du Uhrensohn. Verpiss dich, du Uhrensohn. Verstolpert in die Krise rein. Steht in Europa ganz allein. Meine Arbeit für richtig Geld. Und du glaubst, dass... Toll verkleidet. Ura! Und gewonnen hat... McDonald's? Mann, ich bin der fröhliche Kämpfer. ...damals, ne? Ganz normales Gespräch. Wir machen Schweine, du Uhrensohn. Und wir sehen zu, dass ihr weiterkommt. ...imk seventeen. Ja, 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 ja.